Ui, ui, ui. Das war nicht gut, der Ui, 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 Ui. Nur schlechte Nachrichten, es gibt auch keinen Knie-Kraxa mehr. Knaxa. Ist es Mitternacht? Ja. Okay. Ich will am Tag herumlaufen. Ich hätte mir Echtersburg Nachtmensch geben sollen. Oh, ist cool, ist cool. Oh, da ist wer. Den haben wir. Augenbot. Ein bisschen Snipermonie habe ich bekommen. Ich glaube, da drüben sind Fat-Gegner. Schauen wir mal, ob wir von der anderen Seite rüberkommen. Irgendwo habe ich Ringer von Fatboy Typen. Das ist mein Licht. Kann sein, dass das hier irgendwo war. Ich sehe auf jeden Fall was. Okay, ziemlich weit entfernt. Einfach Fett runter und zirkeln. Und hoffen das Jericho nicht wie ein Vollkoffer. Okay. Okay. Guter Hau mit dem durchquitschen Mann. Ist das Raketenwerfer? Okay. Kein Fatboy Wendel. Ich will doch nur Bücher lesen. Hast du viel verlangt Jericho? Bücher lesen? Okay. Vielleicht haben wir es rundherum geschafft. Oh, verdammt. Was war das? Mark 4. Ja. Ob das tot da unten ist. Verdammt. Das wird tot sein. Hm. Okay. Okay. Verdammt. Ich treffe schon, sie ist nicht gut. Aber das muss ich fast wegsnipen. Sind wir ja noch. was für mich. Ich bin ja hier. Stopp. Ich bin ja hier. Oh, was war das? Es wird das nur einstation. Ich bin ja hier. Ab mich da. Es wird das nicht geben. Aber das ist okay, aber dann sind wir auch noch gleich aufgefallen. Ich bin ja auch nicht mehr nicht bes accidental. Ich bin ja hier, shin. Ich bin ja hier. Ich bin ja hier. Ich bin ja hier. Einde. Und jetzt wird er es... Ohhhh! auch noch schießt weiter da wieder was war das fettes ich kann nicht mal helfen okay gute arbeit man wo war das lemma lächerlich von mir wo sind die überhaupt rausgekommen was das okay man hey wo ist jericho ein parameter ich gehe wieder zum metro teleportieren ja ist ein guter Plan ja schon komisch komisches lager ich weiß gar nicht wo die rausgekommen sind richtig schön gelootet was noch immer hier abgegangen ist Jericho, was hier abgegangen? Wo ist die Recovina? Verdammt. Gefällt mir gar nicht, wenn der irgendwo rumrennt. So sterben die Follower auch. Wäre nicht das erste Mal, wenn die einfach weg sind und du die Nachricht kriegst, Ups, ist gestorben. Wartet er hier? Ja, was denn? Was zum Teufel machen? Was soll der Scheiss? Warum? Warum, Jericho? Was stimmt gerade nicht? Hm, 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 hm. So ladet wieder ewig dran. Ja, irgendwas passt gerade überhaupt nicht. Ah, die U-Bahn-Station und die ganze hintere Map anscheinend. So lange es noch sich im Kreis dreht, passt alles. Ganz sicher. Nur wenn das Kreisding weg ist, dann ist da der Ladebildschirm wieder abgekackt. Verdammt, man. Oh. Oh. Vielleicht kann ich ganz woanders hin teleportieren können. hmmm. Echt? Oh Gott. Youtube-Videos hochladen kann ich mal checken wie weit das schon ist. ja okay das scheint fertig zu sein und das andere das andere video 10 minuten ich weiß nicht was bei dem spiel gerade nicht passt so viele aushänger ich gebe dir noch ein bisschen zeit spiel ein bisschen zeit kriegst du noch ein bisschen aber nur ein bisschen wird ganz schlecht aus aber wenn ich gerade im hintergrund mitten in der nacht videos hochlade 3 uhr 19 ja schaut schlecht aus ok hat hier ok das spiel läuft wieder jericho läuft auch mit und wir gehen jetzt weiter zur bibliothek gibt sie keinen weg runter ohne zu hupfen karte sagt hupf patrick vielleicht findet der jericho einen anderen weg runter oder vielleicht stirbt er meine hoffnungen sind ziemlich niedrig ich glaube er hat es ja geschafft ja guter mal guter mal ja auf max ist cool ist cool jericho ist cool schau die bibliothek war herzuragen ist ganz blöde ich glaube dadurch lieber doch die andere mission machen sollen was ist das für ein gebäude Das hat noch nicht einmal wehgetan. Ich explodiere nur weil er draufsteigt. Das heißt ich muss für ihn Miner entschärfen. Oh no. Was für eine fette Reise. Auf was? Was bist du draufgetreten Alter? Was ist ein Buchblatt? Okay. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja. Nur für dich Draco. Wenn man da jetzt gewesen wäre. Psyche und eine Antatsabrocks. Nur gutes Zeug. 100%. Nicht wundern wenn ich das vermasseln auch schaue. Wurfmaschine. Was ist das letzte Falle? Tödlichst. Ein Bett. Nice. Mist. Okay. Hecken wir's. Ich meine die trichten wir's. Ich lass die Chance. Auf geknackst. Und mit Finger. Spitzengefühl. Drogenlager. Und ist schwarz. Okay. Nicht entführt worden. Ja. Was gibt. Ja. Aber gern. Lassen sie sehen was sie haben. Wie viele habe ich? Wie viele Quantums? Keins. Okay. Mist. Ich dachte ich hätte ein paar. Puh. Ich möchte noch immer wissen was hier drüben ist. Vielleicht nur eine Metro Station. Exxandry Arms. Vielleicht noch rein. Sagt mir gar nichts. Wenn meine Arbeit ist... einer unsk llamhern. Ich sch Stanford iTboom. Ich schätze mich selbst. Das ist eine kleine und comprom patron. Das ist eine neue Siege. Und die Bibliothek sei first. In brackets. Yo, ah nia. Oh la. Brrrr, 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 brrrr. No. Halt, dieses Gebiet steht unter dem Schutz der stählernen Bruderschaft. Verlassen Sie es auf der Stelle. Sie müssen unglaublich tapfer sein, wenn Sie alleine hier herumstreifen. Plündern Sie etwa die Ruinen? Wir scheinen ähnliche Ziele zu verfolgen. Ich treffe nur selten jemanden, der sich die richtigen Prioritäten setzt. Ich bin obergelehrte Yearling vom Orden des Worts. Ich habe einen Vorschlag für Sie, falls Sie interessiert sind. Gut, ich habe die Aufgabe, die Schriften unserer Ahnen zu sammeln, um die Archive der Bruderschaft in der Zitadelle zu vervollständigen. Die meisten Bücher aus der Zeit vor dem Krieg wurden zerstört, aber einige haben überdauert. Hm. 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 Wende entlohnen, die Sie mir bringen. Denken Sie darüber nach. Und kommen Sie wieder, wenn Sie mir Bücher anbieten können. Habe ich die im Inventar oder hat er sie im Inventar? Oh, Kriegsgeld. Er hat sie. Jericho. Jericho. Aja. Um Bücherwissen auszutauschen. Hm. Da. Bücher, Bücher, Bücher. Ja. Ich habe zu viele gefunden in der Zwischenzeit. Ausgezeichnet. Gut. Hier ist die Belohnung. Aber bitte mit Bedacht einsetzen. Weitere Bücher sind natürlich immer willkommen. Viel Geld auf jeden Fall. Wir haben das Gebiet als lokale Operationszentrale für das Projekt eingerichtet und können alle Bücher mit den hiesigen Computersystemen aufzeichnen. Danach schicken wir sie mit einer Eskorte zur Zitadelle zurück, damit sie dort in die Archive überführt werden. Bücher repräsentieren das gesammelte Wissen der Welt von einst. Von Kinderbüchern bis hin zu detaillierten technischen Handbüchern ist alles von Wert. Indem wir Gelehrten dieses Wissen sammeln und aufzeichnen, können wir es analysieren und für die Ziele der Bruderschaft nutzen. Worin diese Ziele bestehen, entscheidet einzig und allein unser Ältester. Es steht mir nicht zu, am ältesten Lions Kritik zu üben. Außenstehenden will ich nur verraten, dass er kein Traditionalist ist. Das ist alles. Der Empfangsschalter-Computer bietet Zugriff auf Kartenkataloge, aber die Verbindung zum Hauptarchiv scheint abgebrochen zu sein. Hier, das Kennwort. Vielleicht können Sie so auch auf den Zentralrechner zugreifen. Helfen kann ich Ihnen dabei aber leider nicht. Ich bin Gelehrter, kein Kämpfer. Natürlich, der Sturmgewehr auf deinen Rücken ist nur Deko. Natürlich. Aber ich kann ja alles looten, wie es ausschaut. Okay. Begeben wir uns in die Kämpfe mit dieser nicht buchtentlösenden Shotgun. Ach egal, war nichts. Ja, da war's. So viele Blutpakete. Noch immer keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Okay, Team Render. Und da ist Quantums. Olaf. Nicht Mama. Das war auf jeden Fall ein Knieknacker-Schuss. Oh. Da hat er einen Bruderschaftsdipen erwischt. Ich reiß dir dein verdammtes Herz raus. Dreh mir einfach. Nein. Oh. Okay. Oh, Und viele Leichen. Und viele Sturmgewerbe, natürlich was sonst. Jericho lebt, das ist wichtig, den habe ich gerade gelootet, Idiot. Sehr viel 10mm auch, kann ich abwechseln. Das ist ein nicht fruchteinflößender Kampfflinter von 10mm. Mist, reiches Buch aufknacken. Uff. Ja, ist aber tot. Kackellake. Muss runter schauen. Ich habe tatsächlich einen Bruderschaftstypen erwischt. Schau her. Ja, was denn? We forestern others come. Lassen Sie sehen, was Sie haben. Ja, stürzen wir uns in die Action. Action, action, action. Ähm. Gratulation. Warum stehen wir hier rum, wenn es über... Ich glaube, der hat 10 Kilo runtergeschwitzt, der Jericho, während er die Rüstung getragen hat, die ganze Zeit. Gut. Gut, Vater. Oh, da. Oder. Oder, Jungs. Ich kann es kaum erwarten, dich verbluten zu sehen. Oh. Ich geh'n weiter. Ich geh'n weiter. Oh chill, ich geh'n noch in den Boden mit reinklitscht wieder. So, die restlichen. So. Oh, das ist eine interessante Situation. You're welcome Paladin. You're welcome. Auf jeden Fall den Togel rettet. Hätte er nie ohne mich geschafft. Hopp. Weil dann das Shotgun und Snap-Amonie in diesen Dischen drin sein kann. Und macht das extrem wichtig. Okay. Hm. So viel Luka-Cola hier. So. Malwurfs-Ratte? Wirklich? Ob die Raider gern Bücher lesen? Wahrscheinlich nicht, oder? Nein, glaube nicht. Das Brüchen. So vieles Timpacks. Oh. Oh. Wirklich? 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 Ich hab dir schon wieder den Pogier rettet, Fresse. Sie wollen, dass ich Kampflinte spiele. Ich bin über den ganzen Boden drüber geklitscht. Ah, Klammern unten. Okay, reicht nicht. War wahrscheinlich geschützt und steuerung. Tasse habe ich mitgenommen, natürlich, was sonst. Ich weiß nicht, wo ich das mitgenommen habe, aber vielleicht ist es ja wichtig. Weißt du mal, dass ich es gesehen habe. Inkes Farbe. Ja, ich finde den Weg raus, oder? Ja, ich hoffe mal, hier weiter. Oh. Ja, ich finde den Weg raus. Oh. Da. Ja. 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 Blüte! Blüte! Willkommen! Oh, okay. Gott sei Dank hat sie den nicht eingesetzt. Das ist ein Platz. Haben sie hier fett barrikettiert? Mist, Mist, Mist! Ich schaue das aus, das ist wieder expatieren dann. Okay, wie haben wir alles für einen Todeskrallenhandschuh? Unterkleber, Todeskralle, Spitzbondagen und Leder, gut. Oh Gott. Oh, Kriegsbuch. Es ist gut, wieder hier draußen zu sein. Verdammt gut. Oh. Ich wollte schon sagen, da rein schon ist es nicht wert. Ok. Warte. So viele Waffen. Hm. 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 Letztlich sind wir fertig. Waaah. Was war das Kinderrakt? Ah, verdammt. Ah, verdammt. Töte Koch, irgendwas. Töte Koch, irgendwas. Ja, was gibt's? Aber gern lassen sie sehen, was sie haben. Oh. Was? Mist. Der Helm. Bleib oben, Bro. Bleib oben. Ich muss weglaufen. Ah, Mann. Da ist das Spumgewehr. Ein Dietrich erholen, ah, erhöhen ist fast nutzlos schon. Wenn die Releways auch gleich runter wühlen. Ich weiß nicht, was ich will. Das ist Jericho. Hey! Hey! Oh! Jericho ja, Bro! Oh! Oh! Ich weiß nicht, was ich mal. Oh! 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 oder so ah verdammt riesig hier und wir sind wieder am Anfang ok geben wir die vorkriegsten Bücher sie hat nur einen Mann verloren Gratulation was für eine gute Operation sie zahlt gut sie zahlt gut ok was war das meine Uploads alle fertig nein der eine braucht sogar noch und wir drüben mal rein dazu ich schon unterwegs bin in der Gegend vielleicht noch was reparieren wir wollen Ersatz Waffen auch mal schauen vielleicht sind es ja Ghouls die droppen hier nichts kann ich dann ignorieren so drüben geht es dann weiter anscheinend wenn das überhaupt noch in der Zone drin ist dieses Gebäude kommt mir nicht bekannt vor ich hab genug von Raiders auf jeden Fall mal und von Super Mutanten mh ah das werden Raiders dann und das ist Raiders und es ist nicht Oh mein Gott, die Kanzlinke. Das ist zuviel zum Reparieren für meine Fluchteinflößende. Okay, ich schaue mir keinen kleinen Kamm mehr durch, nur als was Wichtiger schaut. Moment, ich muss nur mal kurz zu Atem kommen. Okay, mach das. Wow, Dampfflinte wieder. Wie ich das vermisst habe. Okay. Oh, so viele Kampflinten. Wenn ich bloß eine legendäre Kampflinte hätte. Was soll das da im Krankenhaus? So ein Alexander würde sie noch geben dann. Das hat nur 10 Millimeter. Das ist die Flossartsteile. Oh. 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 Schrapassen CM. Oh. Soduct schon tot schon. Oh annah. Oh. So schön. Det brutzuer Schläge. Wie dann学 jakieś Wichtige gab'�? Oh Gott, wertlose Zimmer überall. Ich schau nicht schnell drüber. Und was wichtiges wäre, wäre ein Safe drinnen. Ganz sicher, Raul und Muni. Und was, lieber. Oh geil. Und nicht nach dem interessanten Nordhaus. Oh, das ist ein Kuchen. Oh Gott, das ist ein Kuchen. Da wird es so viel in Lukas. Ah, weitlängs. Weitlängs. Ja. Es sind mehrere Braseflaschen aufgenommen und klicken, wer mehr die sonstigen Sachen aus. Das, äh. Ja, verdammt. Oh, okay. Verdammt, tut das weh. Ich hab das wirklich... War das schon alles? Zehn Millimeter. Komm, spring über. Oh, Gott, dammit. Verdammt, natürlich. Sollte ich gar nicht mitnehmen mehr. Oh. Und Platz. Und Platz. Und Platz. Oh. 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 Okay, hab doch noch Platz. Das ist riesig hier wieder. Achtung. So, ich definitiv genug von Raider Braces. Schaut schon alles gleich aus wieder. So. So. Da ist der Eingang. Ja. Muscht was hier. Schaut noch alles gleich aus. Okay, weg hier. Kann ich mal bei Moira verkaufen, weil dann müsste ich die Mission zuerst abgeben. Also gehe ich hier verkaufen. Wie immer. PAYS OUT. PAYS OUT. PAYS OUT. ischen. B